Herzlich Willkommen hier zur Weitungsfrage auf dem Arsch. Wir werden jetzt versuchen wieder mit Auto3 zu fahren. Auch den würde ich einstellen mit Auto3 und zwar das man gleich ändern. B-Laden, Feld 44, Lahnhof laden und einstellen. So und der andere ist jetzt hier wieder angekommen, klar ist ja verkehrt, der Hof ist verkehrt, denn Hof ist nichts abladen als nur Hof als Ziel. Wir müssen hier einstellen, Hochsilo entladen. Fertig. Wie er nun weitermacht, keine Ahnung, die anderen sind ja mittlerweile voll und reagiert nicht. Okay. Irgendwann warten wir 300 Meter hier einstellen. Wo genau weiß ich auch nicht. Warten, das ist das, ein Drescher. Abstand, Standard. Feldbegranzung, ja. Schaufelhöhe, Auftakt, mehrere Ziele, nicht. Hier warten, ja, ja. Default, ne. Default oder was heißt. Übertraktor? Gute Frage. 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 So, Standard. mehrere ziele ja parken drösche gute frage wir wollen nicht das ist hier so eine sache also die ersten male ist immer schwierig und ich weiß es geht das problem muss man halt keine unterrechnung zu gehen beim freunds wir müssen den jahr dann nicht starten Komm! Komm! Keine Reaktion, voll ist er ja schon. Ist auch Weiz. So. Hier gucken wir mal. Ich glaube, dass hier noch eingestellt wird. Oh je. Äh, 44. Ja, das ist hier. Ja, das ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier waren wir auf 44 so hier war mal eingestellt und der erste traktor dann machen wir erst mal den ersten denn der ist ja schon fertig da wir ergänzt drei kurse wo fährst du denn jetzt hin nein das ist doch gar nicht, warum macht er hier so einen Scheiß? das ist ja aus gut, alles löschen kopieren das ist der Kurs, wir machen hier überhaupt keinen Kurs anhängen oder muss da angehoben werden, das kann sein, genug ist es äh links links ah, der will vorne anfangen, kommt ja, ach tu die oben drauf auf mich gut dann muss ich auch noch einstellen dass er hier anfängt und lassen aktuellen Punkt nächst klinge Punkt mal schauen, machen wir den Eishack da machen, wir sind zwei gut, der holt ab, der nur noch zwei her dann lass ich mal mitfahren dann lass ich mal mitfahren dann lass ich mal mitfahren und dann schauen wir mal, ob das auch entsprechend äh abkippen kann, den richtigen Punkt sonst muss ich den Punkt und das verschieben das ist ja an sich kein Problem dann machen wir es halt, ne muss ich mal sehen, ich bekomme irgendwie im Umfeld muss ich nochmal ein Video anschauen das könnte ich ja parallel machen, ne so wird das machbar aber dann ohne Aufnahme das ist ja jemand für die schnelle Arbeit hier ich meine gut jetzt fährt er wieder und fällt immer an kompliziert und voll gefällt 44 Abfahrer aber jetzt kriegt er graue Haare die anderen beiden sind bei 50 und prozent 30 ne 50 und 70 ja ja tansche ja 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 jaja gut lkw ne nicht abbrechen ach so zurück das soll es denn für heute gewesen ich habe mal ganz kurz mal ein video an dass ich noch eins zu eins sehen kann und dann wird es hoffentlich klappen ich hoffe es trotzdem spaß gemacht immer schüß und bin gewinkelt noch mal schön dank und tschüss